Willkommen zurück zu einem neuen Video. Florian Sondershausen hier, ja, live aus Koblenz, aus Deutschland, ja, um dir die aktuellsten News auch einmal mit an die Hand zu geben, was du jetzt wissen solltest über diesen einen Coin, der jetzt innerhalb von 24 Stunden den einen oder anderen zum Multimillionären gemacht hat. Heißt also, der eine oder andere hat hier in diesen Coin beispielsweise 100.000 Euro investiert und daraus ein 10x gemacht und somit eine Million gemacht und es soll sogar noch massiv weitergehen. Und das Ganze passiert auf einem Meme-Coin, ja, auf einer Meme-Coin-Blockchain, die dafür aktiv stark genutzt wird. Aber zuallererst die Entstehung von Altcoins und ob sie überhaupt auch bestehen bleiben. Das ist ein extrem wichtiges Mindset, was du jetzt hier einmal kurz noch brauchst. Heißt also einmal, nur mal kurz konkret, ja, wir haben einmal den Wert und wir haben einmal die Zeit, ja, von so einem Coin. Heißt also, wir haben hier einmal den sogenannten Seat Sale, wo schon die allerersten Leute rein investieren können, wo das erste Geld auch einmal rauskommt, ja. Dann haben wir einmal den sogenannten Private Sale, dann haben wir die sogenannten Launchpads, ja, und danach haben wir den sogenannten Verkauf bzw. auch den Exit, ja. Und dann kommt es darauf an, bleiben Coins bestehen, ja, dann so gesehen das Grüne hier, bleiben sie bestehen, konsolidieren sie oder fallen sie komplett nach unten. Und die meisten Meme-Coins werden natürlich hier einmal komplett runterfallen und das musst du jetzt unbedingt wissen, um dich auch davor zu beschützen. Und wo wir uns gerade in diesem Coin auch einmal befinden, werde ich dir natürlich auch einmal jetzt gleich sagen. Und ich möchte mit dir über diesen Coin sprechen, dich auch vor den ein oder anderen Dingen auch warnen, weil vielleicht überlegst du gerade, sollst du noch in diesen Coin rein investieren oder auch nicht? Worauf ist genau überhaupt zu achten und was ist das überhaupt genau? Wichtig ist einmal, wir gehen auch gleich einmal in die Charts rein. Ich zeige dir genau diesen Coin, wie viel Liquidity auch einmal drin ist, ob es sich noch lohnt zu investieren. Vielleicht bist du ja auch investiert, ja, und dann schauen wir uns das Ganze genau auch einmal an und worauf du wirklich jetzt auch nochmal achten sollst und wann du raus realisieren sollst. Das gebe ich dir auf jeden Fall einmal mit, denn ich bin ja selber Trader, Analyst, Investor, Unternehmer. Ja, wir bilden tagtäglich sehr viele Menschen aus, wie man nachhaltig auch einmal tradet, aber auch Kryptowährungen auch analysiert. Und wichtig einmal vorweg, wir sind gerade aktuell in einer Meme-Coin-Season. Heißt also, vielleicht bist du gerade aktuell nur in Bitcoin investiert. Ich kann dir jetzt aber gerade auch sagen, es gibt ja noch mehr in diesem gesamten Kryptomarkt und es ist ein massives Geldumverteilungssystem. Klar, alles ist irgendwo ein Geldumverteilungssystem, aber bei den Meme-Coins ist es geisteskrank, ja, weil es ist ja einfach nur ein sogenanntes Meme, ja, und bei diesem Meme ist es der sogenannte Bier-Token. Ja, es ist einfach ein Bier-Token. Meme-Coins haben einfach keinen Use-Case, keine Anwendungen, einfach gar nichts. Ja, es ist einfach nur die Community im Background, ja, und da muss man dazu sagen, dass extrem viele Influencer oder Menschen, die sehr große Reichweite haben, sich genau das einmal zunutze machen können, indem sie ihre Community einmal darauf vorbereitet, in einem sogenannten Private Sale zu investieren, dann noch ein paar Benefits zu bekommen, um einen sogenannten 10x zu machen, 20x, ja, 100x, was auch immer den Leuten dann versprochen wird. Und es gibt extrem viele Menschen, die nicht wissen, wann sie raus realisieren sollen. Und das ist so gefährlich daran, das ist gefühlt so, als wenn du über Nacht Millionär, also im wahrsten Sinne des Wortes Millionär wirst, oder im Lotto auch einmal gewinnst, weil die meisten Menschen verlieren ja danach so oder so wieder ihr Geld, weil das wieder dann ein Geld-Umverteilungssystem ist. Heißt also, genau das ist das, was ich persönlich gesehen mit meinem Geschäftspartner, meinem gesamten Team, ja auch hier den Koblenz, den Menschen auch beibringen. Nachhaltiges Investieren, nachhaltig das Mindset dahin auch aufbauen, wie du ein gesundes Management hast und keine Updrifter bekommst und wie du dir Sicherheit, Vermögen auch wirklich auch aufbaust und wie du es auch behältst, was auch nochmal sehr entscheidend ist. So, ich würde aber sagen, ich habe jetzt genug gebabbelt, ja, ich möchte dir mal ein paar Insights auch einmal geben zu diesem sogenannten Coin und wie der überhaupt zustande gekommen ist. So, und ich möchte mit dir das Ganze jetzt mal logisch auch mal sauber auch analysieren und damit du auch weißt, ob sich das Ganze lohnt. Ja, es geht ja um den sogenannten Bier-Coin, ja, und ja, ist einfach wie gesagt ein Meme-Coin und der in Deutschland und Türkei auch, ja, ein bisschen für Aufruhe auch einmal sorgt, ja, weil auch gewisse Influencer im Finanzbereich das auch promotet haben, ja, und die werden sich in Arsch voll Geld auch einmal verdienen aus den Gründen, was ich dir auch einmal gleich zeigen werde. So, der ganze Coin ist jetzt hier einmal auch gelistet bei CoinMarketCap. Ja, ist natürlich auch relativ frisch, ist einer der jüngsten Meme-Coins natürlich, weil er jetzt vor kurzem erst entstanden ist, weil die Private-Sale-Phase ja schon einmal abgelaufen ist. Heißt also, wir sind jetzt gerade in der Launch-Phase überall, heißt, der kommt jetzt auf den sogenannten Launch-Pads, ja, beziehungsweise auf mehreren Plattformen, wo er auch nächste Woche auch einmal gelauncht wird, ja, und dann sollte aber trotzdem noch ein Abverkauf halt auch stattfinden und danach ist eher die, der Part, okay, kommt er wieder zurück oder nicht? heißt, wir sind jetzt also vom Private-Sale hoch Richtung Launchpad, das heißt, wir sollten jetzt, bis der Launch da ist, sollten wir noch weiter raufgehen und danach, wenn da die Launch-Phasen anfangen, also knapp noch eine Woche, würde ich mein Kapital komplett rausziehen. Die Leute, die jetzt schon 8x gemacht haben, würde ich schon rausziehen, weil es gibt hier noch ein großes, großes Problem, was viele nicht im Blick haben. Und zwar ist es die sogenannte Liquidity, ja, das ist ganz wichtig. Wenn wir uns aber erstmal den Chart selber anschauen, sehen wir, hier stehen wir gerade aktuell, ja, das hier ist der Point, wo die Leute gerade aktuell einen 8-fachen X hingelegt haben. Heißt also, wenn du 10.000 Euro investiert hättest, hättest du jetzt hier einmal 80.000 Euro plus, ja, und das ist geisteskrank, ja, das hier sind nämlich gute, ja, 850 Prozent. Hier sind viele Leute auch rein investiert worden. Die Leute, die im Private Sale hier vorde, bevor der Chart überhaupt angefangen hat, waren Leute im Private Sale, haben nochmal 20 Prozent on top bekommen. Heißt also, wenn du 10.000 Euro investiert hättest, wärst du mit 12.000 Euro gestartet. Geisteskrank. Und aus diesen 12.000 Euro hättest du jetzt gute 850 Prozent. Innerhalb von ein paar Tagen, ja, vom 24. Mai beziehungsweise 23. Mai bis jetzt hier zum 27. Mai. Wenn du dieses Video siehst, ist es wahrscheinlich auch nochmal ein paar Tage her, vielleicht auch nochmal später. Und das Gute ist hier bei Deckscreener, du siehst ja auch die aktuellen Käufe, ja, das heißt, wir sehen hier noch Aktivitäten, ja, das heißt, im Telegram-Kanal, wo ich halt auch drin bin, sehe ich auch, was gerade aktuell abgeht. Heißt, also, long story short, was ist jetzt für dich zu tun? Kein Financial Advice oder sonstiges. Du musst dein Risiko kontrollieren. Ganz wichtig. Und wir wollen ja unser Geld investieren, um es zu vermehren. Weil wenn wir uns mal die Schuldenzahl angucken, in den aktuellen Fiat-Währungen, ist das ja total gestört und geisteskrank, ja. Ja, das gesamte Finanzsystem ist komplett im Arsch. Und das ist ja auch komplette Geldumverteilung, ja, muss man auch einfach nur mal so sagen. Deswegen, es ist gar nicht so verwerflich, wenn du mit Beercoin oder Token schon sehr viel Geld gemacht hast oder noch investieren möchtest. Das Ganze geht über die Phantom Wallet, ja, über die Solana Chain, was ja auch nochmal wichtig ist, ja. Und ich bin der Meinung, ja, also wäre ich jetzt hier schon unten dabei, dann hätte ich jetzt schon rausrealisiert zu 80% Minimum, ja, aber wenn ich jetzt noch nicht mit dabei bin, würde ich noch investieren, einfach nur aus dem Aspekt, was ich halt weiß, ja, dass nach dem Private Sale, wir sind jetzt hier gerade in dem Aufschwung, ja, dass wir hier noch den letzten Schub machen können, ja, bis diese Launchphase nochmal anfängt auf den ganzen anderen Börsen, denn dieser Coin beziehungsweise dieser Token soll noch auf anderen Chains kommen. Heißt also, wenn wir bei CoinMarketCap schauen, sehen wir jetzt nur Radium, ja, du kannst eher jetzt gerade nur dezentral kaufen und das Ganze soll jetzt auch auf weiteren Plattformen kommen, dass halt noch mehr Liquidity dazu kommt. Aber was viele hier immer vergessen, schlaue Leute und gute Leute können schon mit Solana, den Biertoken kaufen. Warum zum Teufel denn jetzt noch auf anderen Chains? Warum soll jetzt die unglaubliche Monster Liquidity noch dazukommen? Ja, auch an die ganzen Influencer, die das gerade bewerben. Warum soll das denn passieren? Es gibt keinen Grund. Es sei denn, es wird auf Coinbase, Binance, Kraken auf zentralen, großen Börsen gelistet. Dann kommt nochmal richtig Power rein, ja, weil nicht viele, weil nicht so viele Menschen dezentral unterwegs sind. Also heißt, dass man auf einer Phantom Wallet oder mit einer Metamask diese Coins halt kaufen kann. Hier kannst du jetzt natürlich nicht mit Metamask kaufen, aber du kannst vom Metamask ERC20-Token auf die Solana Chain, auf die Phantom Wallet und dann kannst du das hier relativ, also wirklich, es dauert, wenn man sich damit auskennt, dauert es nur eine Minute und du kannst diesen Coin kaufen. Wenn dich das interessiert, schreib es gerne in die Kommentare, kann ich dir gerne nochmal ein Update-Video machen. Ja, aber wichtig ist einmal für dich, ja, dass du die Liquidity auf dem Schirm haben solltest, denn es gibt viele, ja, also das hier ist der Contract, das wissen auch viele nicht, ja, das ist wirklich, das ist ganz, für mich ist das hier basic, auch für meine gesamte Community ist es auch basic, ich habe nochmal aktualisiert, es sind 6,6 Millionen an Liquidity da. Ich kenne ja alleine schon, beziehungsweise die Influencer haben alleine schon diesen gesamten Anteil, ja, 24 Stunden Volumen 15 Millionen, es ist aber nur noch 6,6 Millionen da. Wenn die großen Investoren jetzt raus realisieren, dann ist der Coin schon im Arsch, ja, dann ist der schon komplett im Arsch und genau das wird passieren, wenn die Launchphase anfängt, also maximal noch eine Woche kann man noch investieren, weil hier noch gerade das dumme Geld reinkommt, danach ist dieser Coin im Arsch, Leute, so und das ist wichtig zu wissen, ja, deswegen absolute Warnung, ja, wenn du jetzt da noch investiert bist, du müsstest jetzt in den nächsten Tagen, sollst du raus investieren, realisier deine Gewinne, Mann, 6,6 Millionen, das machen die Influencer mal mit einem Schnapp weg, so, allein wenn man das, weil das ist ja das Schöne an der Blockchain, jetzt gehe ich hier in den nächsten Step rein, ja, das, jetzt habe ich den Contract hier einmal eingegeben auf der Solana Chain, heißt, ich kriege hier die Hodler angezeigt, ich gebe nur den Contract ein, gehe auf die Hodler und kriege hier meine Prozente auch einmal raus, ja, wie die, also wie die Hodler halt auch einmal hier sind und das sind ja hier diese drei, das ist ein großer, großer Part, großer Sektor und, ähm, allein auch hier, aber auch diese Person, ja, das sind, überlegt mal wie viel, das ist, wie heftig viel Volumen das einmal ist, obwohl so viel Volumen gar nicht drin steckt, es sind 6,6 Millionen Leute, 6,6, hier unten ist halt auch noch ein bisschen Liquidity, aber das ist ja nichts, Bier, Sol, 167 Dollar, es muss dir immer noch jemand die Scheiße abkaufen, wenn du Shitcoins hast und das ist das Gefährliche und deswegen machen auch Influencer so massiv viel Geld mit ihrer Community, wenn sie genau das nutzen, heißt also, ich kann mir noch vorstellen, dass wir hier nochmal ein bisschen rauf gehen werden, aber dann ist vorbei, ja, sobald wir nächste Woche launchen auf den verschiedensten Börsen, wird keine Liquidity dazukommen und wenn dann die Leute das merken und auch die Großinvestoren das merken, ziehen ihr ihr Geld raus, informieren euch nicht beziehungsweise dich nicht und du wirst massiv viel Geld verlieren, wenn du nichts realisiert hast, deswegen muss dir bewusst sein, realisiere bitte, es gibt da draußen genug Scamsysteme, genau das ist ja auch unsere Mission, dass wir die Menschen schützen, und genau deswegen mache ich hier dieses Video, um dich auch zu schützen, du wirst hier nicht noch den nächsten 1000x machen mit diesem Coin, wenn du jetzt investierst, du kannst vielleicht nochmal kurz dein Geld verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen, das war es aber, zieh dein Geld dann bitte raus, investiere nur das Geld, was du bereit bist zu verlieren und das in der aktuellen Meme-Coin-Season und das in dem aktuellen Deutschland-Hype und Türkei-Hype, schütze dich da bitte, scheiß auf diese Influencer, die hier hört mich vielleicht sagen, du gehst auf 10 Millionen, 20 Millionen mit diesem Coin raus, das funktioniert nicht, von irgendwo muss das Geld ja kommen und wir sind in einem Geldzyklus, ja und das ist einmal ganz wichtig, deswegen schütze dich, lern bitte nachhaltiges Trading, nachhaltiges Investieren, ja, nachhaltig in Kryptowährungen zu investieren, das meine ich todernst, damit du dein Kapital auch beschützt, wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit gerne bei uns auch melden, ja, wir bieten kostenloses Analysegespräch auch an, ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, was da im Hintergrund auch einmal steht, ja, kostet auch nur 7 Euro, nur Versandkosten musst du dafür bezahlen, kannst du dich auch jederzeit auch einmal sichern, ja, ansonsten, ja, hoffe ich, dir hat das Video gefallen, lass mich gerne wissen, ob du da nochmal gerade ein paar Infos brauchst, wie man auch den Coin kauft, dann kann ich dazu gerne auch nochmal kurz eine Anleitung machen, weil das nur in den nächsten Tagen noch möglich ist, ja, und ansonsten würde ich sagen, Peace, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, lass dich nicht abscaben, schütz dein Geld, Sicherheit geht vor, das ist wichtig, bis dahin, mach's gut, ciao, dein Flo. Bis zum nächsten Mal.